Die Goldfans konnten und wollten ihren Augen kaum trauen. Ende des Jahres 2023 wurden neue Allzeithochs erreicht, sowohl auf Dollarbasis als auch in Euro. Kann es so in 2024 weitergehen, fragen wir nach bei Florian Müller. Er ist Geschäftsführer der Solidfonds GmbH. Einen schönen guten Tag nach Wiesbaden. Vielen Dank, Grüße zurück. Der Gold ist bekanntlich ein sicherer Hafen, Herr Müller, der zuletzt wirklich gut funktioniert hat. Das können wir wirklich festhalten. Was sind denn jetzt die entscheidenden Gründe für den Aufwärtstrand? Ja, sehr interessante Frage. Wir haben derzeit geopolitisch weltweit natürlich viele Auseinandersetzungen. Ich nenne nur ein paar. Also einerseits Israel-Hamas-Konflikt. Wir haben weiterhin den Ukraine-Konflikt, der nicht abeppt. Wir haben in vielen afrikanischen Ländern, im Jemen und den Berg-Karabach-Konflikt, zusehend immer mehr Eskalationspunkte weltweit. Das führt dazu, dass wir bei auch jetzt sehr hohen Zinsen von 5,5 Prozent in den USA trotzdem bei Allzeithoch standen. Im asiatischen Handel war das morgens der Fall. Und können somit auch zukünftig jetzt mittel- bis langfristig positiv in die Zukunft blicken. Sie haben die Zinsen schon angesprochen. Die waren in der Tat ja im Verlauf des Jahres relativ hoch. Und es gibt ja die alte Formel, wenn die Zinsen hoch sind, ist es für Gold nicht ganz so dolle. Das heißt, da ist eher Abwärtspotenzial gegeben. Warum glauben Sie oder warum sehen Sie, dass der Goldpreis trotzdem so gut gelaufen ist angesichts der hohen Zinsen? Ja, es gibt mehrere Faktoren dafür. Der unbestrittene Weltmarktanspruch, Machtanspruch der USA wird zunehmend in Frage gestellt. Insbesondere der US-Dollar war ein spannendes Thema in 2023, das dazu geführt hat, dass wir auch, da kommen wir, glaube ich, noch darauf zu sprechen, die Prickstaaten da auch immer mehr die De-Dollarisierung im Auge haben. Und das verhilft natürlich dem Goldpreis, auch wie gesagt, bei diesen hohen Zinsen, letztendlich da gut dazustehen. Dieses Jahr haben wir knapp eine Performance von über 10 Prozent. Wie haben sich denn die Notenbanken in diesem Zeitraum verhalten? Zwischendurch waren sie ja mal per Saldo eher auf der Verkäuferseite. Sind die denn zurückgekehrt auf die Käuferseite, Herr Müller? Interessant, genau. Das ist auch ein Punkt auf die Frage zuvor, beziehungsweise ein gutes Argument, wieso die Goldpreise gestützt worden sind. Die Zentralbanken kaufen dieses Jahr in den ersten neun Monaten über 800 Tonnen weltweit an Gold auf. Vielleicht sehen wir dieses Jahr auch ein Rekordjahr. Wir hatten letztes Jahr mit über 1.100 Tonnen schon ein Rekordjahr von über 20 Jahren in der Retrospektive gesehen. Und das könnte auch dieses Jahr weiter gebrochen werden. Wir sehen vor allen Dingen auch China und Indien, die munter kaufen Gold. Immer wieder, immer neues Gold. Weiß man warum? Gibt es da eine Begründung? Ja, die Brickstaaten haben sich ja erst neulich getroffen. Und Fokus, beziehungsweise unter der Überschrift der De-Dollarisierung. Somit ist es immer mehr und mehr forciert. Der Dollar verliert seinen Machtanspruch zukünftig. Wir haben die Überschuldung in den USA von privater, von staatlicher und auch von Unternehmensseite. Und da sehen wir natürlich auch eine Kaufkraft Erosion. Wir haben immer noch hohe Inflationsraten. Das begünstigt natürlich die Brickstaaten, die sehr rohstofflastig sind. Und es war sogar in Aussicht, dass eine goldgedeckte Handelswährung spekulativ eingeführt wird. War jetzt zunächst nicht der Fall, aber es könnte ein spannendes Thema zukünftig werden. Ja, und dann schauen wir doch noch ein bisschen weiter in die Zukunft. 2024, Herr Müller, oder wenn Sie mögen, auch gern darüber hinaus. Wo könnte es denn hinlaufen mit dem Goldpreis? Wie sieht Ihr Positiv-Szenario und wie Ihr Negativ-Szenario aus? Gehen wir erst auf das Positiv-Szenario drauf ein. Eher wahrscheinlich, beziehungsweise zu 80-20 würde ich das tendieren, nachher mit dem Negativ-Beispiel. Wir laufen auf eine Zeit zu wieder drückwirkend, negativ, beziehungsweise zurückgehende Zinsen. Also die Phase der Stagnation, beziehungsweise steigenden Zinsen, scheint vorbei zu sein. Die Wirtschaftsdaten sind ziemlich schwach. Das heißt, es wäre natürlich ein perfekter Nährboden für, und jetzt kommt es, ich erachte es, dass wir wieder eine langjährige Bullenmarkt-Rallye, beziehungsweise Goldmarkt-Rallye kommen. Wir hatten das von 2001 bis 2012 der Fall, in dem sich der Goldpreis mehr als versechsfacht hat. Von 2011 bis 2023 hat man eigentlich so die Stagnitionsphase. Und das würde natürlich ein perfekter Impulsgeber sein, fallende Zinsen für wieder eine deutliche Hosse bei den Goldpreisen. So auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und dann mit deutlichen Kurssteigerungen. Negativ-Szenario wäre natürlich eine Stagnation an der Zinsfront, beziehungsweise auch weiter steigende Zinsen, wäre natürlich auch wieder weiter die Festgeldkonten, beziehungsweise festverzinslichen Anlagen weiter attraktiv. Erachte ich aber als ziemlich unwahrscheinlich, wäre aber natürlich Gift für den Goldpreis. Herr Müller, abschließend doch nochmal nachgefragt. Da machen Sie mich nämlich neugierig. Sie haben auf einen vergangenen Zyklus eingezahlt gerade und da von einer Verfünf- bis Versechsfachung gesprochen. Das würde aktuell bei 2.000 Dollar die Unze 10 oder 12.000 Dollar die Unze bedeuten in, sagen wir mal, 10, 12 Jahren. Würden Sie sich zu einer solchen Prognose hinreißen lassen wollen? Ich habe zwar auch keine Glaskugel, aber unter dem Umfeld der Kaufkraft-Erosion, wie schnell praktisch die Euro- bzw. auch die Dollar-Banknote entwertet wird, kann man das auch als realistisches Szenario auf lange Frist, wie Sie schon sagen, 15, 15 Jahre auch sehen. Dann drücken wir die Daumen, zumindest für alle Goldfans, dass sich das auch ein Stück weit bewahrheitet und dass wir vor allen Dingen halbwegs trotzdem normale geopolitische Verhältnisse behalten. Herr Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Franig. Ebenso.